ja ist nichts passiert genau oder so nicht so gedacht aber es war okay ist das hier geschützt alles oh man ja okay 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 so einfach mal hier mal hinrotzen dass sie das auch so spät immer raffen das bötchen hält doch viel aus dann geht das jetzt ist aber gut 23 21 wirklich ich sag dass sie das boot abholen lassen kann wenn die agency das teil untersucht hat wird sie ein gutes gefühl für den rest von el cerebro's entwürfen haben das war doch schon mal super eine runde mit dem boot ja perfekt dann sind wir ja schon genau da wo man eigentlich bei der nächsten aktion sein könnten da war da echt ein level up war ja ganz woanders total verbind total verbind das würde sich aber schon lohnen hier zubehör kiste und eine waffen kiste oh man der reiz ist wieder so groß eröffne das feuer schön schön na ja kommt jungs ich hole uns ein gefühl eine rickscher oder sowas werden wir schon irgendwie auftreiben da kommt schon ein auto bitte nicht umbiegen äh umbiegen wegbiegen abbiegen so ja fahren van danke du sack so ja genau flieg raus fährt der einfach weiter ich glaub mich dritten fährt so tschüssi so können wir hier noch einen mitnehmen ne eher wohl nicht jetzt mal in ernst da haben wir wohl die hauptbasis des kartells in keimanes gefunden ja das merke ich jetzt auch das ist ja arsch viel zeug wir haben die koordinaten von einem lagerhaus wo el cerebro die meisten seiner hightech entwürfe erstellt beschaffen sie von dort infos und fackeln sie den rest ab ok es könnte gut el cerebro als forschungslabor dienen vielleicht moment es ist wirklich gestört auch mir habe ich das gefühl dass das hier nichts wird da haben wir wohl die hauptbasis wartet oh ok ja also es wäre schön wenn nein entdeckung ja ok 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 war bis wir den kaputt haben dann schon eine ewigkeit vergang wollen wir jetzt von 500 sachen die angegriffen genau da oben da haben wir wohl die hauptbasis des kartells in keimanes gefunden viele aktivitäten rund um das lagerhaus in der mitte es könnte gut helfen ja genau woher kommen die denn alle wie helfe ich dem jetzt mal ernsthaft wir machen hier vor den krieg ne eigentlich wollte ich ganz chili manili da rein sieht man super viel spitzensache irgendwo muss doch hier so ein arsch sein gut schön wo ist denn hier ein störsender euer ernst jetzt ja genau wir halten den kopf unten und versuchen unbemerkt zum zentralen lagerhaus zu kommen ich will wissen woran es arbeitet bewegung einfach mal eine granate reinschmeißen ja wäre schön wenn wir jetzt auch einfach mal da oben rein kommen könnten hier ist nichts hier ist auch nichts jetzt läuft hier ein wolf können wir vielleicht hier mal mit dem sensor machen nein einen jammer hier her so schleichen wir uns einfach mal rein hier war wohl nichts hier ist auch nichts ich denke die sind alle oben hat der super funktioniert simultan schuss nein c4 spüren der granate ah ja es wäre trotzdem schön zu wissen komm wo sie alle hinren wo rennen sie denn alle hin ja gut müssen wir nicht folgen wartet waffenkiste entdeckt ja da gehen wir jetzt auch mal geschmeidig hin so wow da rennt halt mal kurz die hälfte wieder weg wie ging denn das komm wir versuchen mal mörserbeschuss anfordern auf die rebellen um indirektes feuer gebeten alles fährt amigo habe verstanden so das hat mich viel öfters mal benutzen ich habe das gefühl das ist oben oder naja hier dann haben wir das da mitnehmen bing 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 ich weiß wo eine kartellseite station ist oh ja schön gemacht super wir lassen die rebellen wissen wo sie den nachschub finden sie können uns später danken ich mache das nochmal mit dem fernglas ah ah das ist eine mit maschinenpistolen ok ok ich sehe noch ein ich sehe jetzt weiß ich kann nicht bei der hässlichen kippe so das geht natürlich auch das ist ja schon mega cool ich richte nun die sub jetzt wieder weg ja sehr gut ist ja gut ist ja gut kann ich denn hier wieder runter ah dein ernst ja ich habe sie zuerst gesehen wir haben sie aufgescheucht wir haben sie aufgescheucht oh scheiße wir wurden entdeckt greife an ja jetzt ja gut so komm 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 ja laufst du mal geil das kann ich gebrauchen da bleibt einfach mal chillig stehen woher waren das getöse ok so du arsch das war es dann wohl was ist das was ist das ein Leuchti Komm schon, zeig dich noch mal ein bisschen Ja, alles geben Ach du Scheiße Okay, der war super Also ich will nicht angeben, aber das war gut Hab auch noch mal Glück gehabt So mehr oder weniger Dafür war das umso schlechter Ah nö Okay Ich sieh gar nichts Wie komme ich da rein Wie komme ich da rein Wie komme ich da rein Och Jungs Ich meine Schön, jetzt sind wir hier Ähm C4 Wie mache ich das denn Okay Und da kann ich dann nochmal was machen Okay, wie komme ich hier wieder raus Och Jungs Also manchmal Ich hab einfach Pech Es wäre schön, wenn ich einfach mal hier rauskomme Geil Jetzt mal ernsthaft Woher kommt ihr auf einmal Ja, ist ja gut, ist ja gut Woher kommt ihr auf einmal her Der kam von hier Wo ist es doch hier Ich werde verrückt Ich könnte doch manchmal kotzen Ah geil Hier kommen wir auch nicht weiter Da, da Reicht es Die Baupläne mag er jetzt auch noch haben Komm schon Die Punkte nochmal mit Das war gut Wir laufen einfach mal schnurstracks hin Das werden wir schon auf den Himmel kommen Uh, falsch Besser Boah, hier gibt es so viel grünes Grüne Kisten Grüne Kisten Projekt erledigt Da einmal Und da draußen Und Tja Also ich würde mal sagen Geschmeigelig Schön Was geht hier so? Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte Für den Schmuggel nach Florida Finden und versenken Sie sie Also ein Hubschrauber wäre aber jetzt schon saupraktisch Wo? Wo? Ich finde es doch einfach nicht Ich finde es auch einfach nicht Ah Kann man nicht befreien Komm mal raus Ja ist ja gut Passt schon Passt schon Ist alles okay Wir lieben dich trotzdem Kommen wir da irgendwie rein? Nicht dein Ernst Jetzt drückt er auf die Drohne Komm schon, komm schon, was bist du? Oh fuck Ist okay Ich möchte eigentlich nur den Hubschrauber schrauber Und hoch Ach das sind nur ein paar Meter Oh Ein bisschen Und wieder runter Hat er super funktioniert Herrlich Einfach herrlich Oh immer noch gestört Oh immer noch gestört Meine Drohne wird gestört Ich habe ein Sponsor der Brust U-Booten Flanken sichern und ausschalten Oh das kann ja nicht wahr sein Das ist fantastisch Inca, oder? Glaub schon Die Besichtigung machen wir, wenn Santa Blanca erledigt ist Konzentration Konzentration Gestört, gestört Immer alles gestört Es pisst Ich sehe nichts Alles ist dunkel Pipi, kaka, Hunger Ich denke da oben im Turm würde ich mich verstecken Jetzt gehen wir erstmal zum Scharfschützen Hallo sagen Dann machen wir mal mit dem ein bisschen schmusi Hey, Kaffelschütze Auf der Brücke So, du Sack Hab dich Das spitzenklasse Was haben wir da oben sicher Da oben ist doch auch sicher irgendwas Ist das Ding immer noch gestört Ach, das kann ich doch vergessen Sie wird gestört Ich möchte eigentlich nur da hin Was muss ich mit dem U-Boot machen? Klauen Scheiße, was muss ich mit dem U-Boot nochmal machen? Zerstören Sie das Drogen-U-Boot? Ah, okay Wir machen das nochmal Ladung ist scharf In Position Ich kann mir nicht vorstellen, aber Oh Mann Haben wir es jetzt Ja, Drohne am Arsch Reicht das? Reicht Läuft 14 Tasten gedrückt Nur nicht die, die immer wieder brauchen Wahnsinn Schön Dann haben wir das jetzt auch mitgenommen Also die zwei Hefte Die könnt ihr euch im Arsch Die noch geht Die könnten wir vielleicht noch Schwimmen 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 mit Schwimmen mit Schwimmen mit Einfach Schwimmen mit Schwimmen mit Das nehmen wir noch mit Und dann geht's zum nächsten Schritt für Schritt Schritt für Schritt So, ein bisschen hier hoch Ah, da ist sogar Munition Wer hätte das gedacht? Wenn ihr was donnern hört Das ist bei mir zu Hause Es regnet ohne Ende Und blitzt und tut und macht Einfach schon fast gruselig Ah, das ist es ja Tun wir zuerst einnehmen 1,8 Kilometer Ah, komm, dann nehmen wir mal Das Boot hier Oh, voll geil Guck mal Was es hier nicht alles gibt Hi Ja, ja Bis der uns trifft Das hier Weihnachten So, dann düsen wir mal da entlang Hoppla Hä So Sumpftechnisch Durch die Bäume Oh, okay Lenken Hallo Oh, ist jetzt nicht euer Ernst Zieht das schon? Oh, danke Das wäre es jetzt noch gewesen Da noch hinschwimmen und so Nee, nee Das machen wir nicht Nee, nee Wechseln Sie mit Hilfe der R1-Taste Die Sie eh gleich wieder vergessen werden Hin und her Oh Wäre es nicht besser Wir gehen da hin Und dann schwimmen wir hier rüber Kommt schon Also bitte Weil ich wette mit euch Da gibt es 1000 Gegner 100 pro Oh ja 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 Oh ja